Domian, das 1Live Talk Radio. 0800 220 50 50 Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50 So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Diese Woche ist etwas kürzer, weil in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fällt diese Sendung aus, wegen der 1Live Krone und dem anschließenden Rockpalast im WDR Fernsehen. Aber die restlichen Tage sind wir da, wie gewohnt. Und wir starten heute auch wie gewohnt mit einer freien und offenen Themensendung. Wenn ihr also gar nicht mit mir reden wollt, dann müsst ihr diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian.wdr.de So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Anna und Anna ist 34. Guten Morgen, Anna. Ja, guten Morgen. Anna, um was geht es bei dir? Ja, ich rufe an, weil ich heute erfahren habe, dass mein Vater verstorben ist. Das hast du heute erfahren? Mhm. Hast du keinen näheren Kontakt zu deinem Vater? Ähm, nein. Ich hatte stets ein sehr distanziertes Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Also immer sehr sporadisch, aber immerhin wir hatten Kontakt. Wie lange hast du ihn jetzt nicht gesehen? Na, ich hatte ihn das letzte Mal jetzt im September gesehen gehabt. Allerdings auch nur sehr, sehr kurz, so wie es meistens bei uns war. Warum war der Kontakt so sperrig, sage ich mal, so distanziert? Das liegt an meinem Vater. Also ich habe ihn halt leider nie, mein ganzes Leben lang nie anders kennengelernt. Also er war stets sehr distanziert und sehr untransparent. Also ich habe immer so ein fällig, also er ließ mich einfach stets mit so einem Fragezeichen gehen, mein ganzes Leben lang. Du bist in der Familie mit deinen Eltern, ihr seid zusammen gewesen und du bist mit den beiden aufgewachsen? Nein, nein, nein. Meine Eltern haben sich schon sehr, sehr früh getrennt. Ach so. Wie alt warst du da? Da war ich vier. Vier Jahre? Naja, dann hast du ihn gar nicht so als Vater, als Familienvater nie erlebt. Nee, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Leider nicht. Ich habe ihn halt immer nur so als Kind, immer hin und wieder mal gesehen. Es gab dann auch irgendwann eine Lebensphase, da habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Aber wie erklärst du dir das? Wollte er dich nicht? Doch. Also mein Vater hatte mich sehr, sehr gerne. Ich habe es gemerkt auf seine Art. Aber das muss wohl so an seiner Persönlichkeit liegen, dass er es irgendwie nicht geschafft hat, so eine Ähnlichkeit aufzubauen und überhaupt einfach ein starker Vater zu sein. Das war er einfach nie. Also er war sehr freundlich. Es war ein sehr, sehr lieberer Mensch. Ich hatte nie im Prinzip Probleme mit ihm. Also klar, später dann hatten wir manchmal so auch ein paar Diskussionen und Streitigkeiten, wenn wir uns mal getroffen haben. Hast du denn versucht, den Kontakt in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, hast du den versucht zu intensivieren, enger zu gestalten? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mich die letzten Jahre, als es ihm noch besser ging und als er noch jünger war, da hatte ich es immer wieder probiert, über bestimmte Fragen oder einfach mal ihn öfters mal angerufen, einfach nur mal zu fragen, wie es ihm geht, dass man sich vielleicht regelmäßiger trifft und sieht. Aber er blieb nach wie vor, also bis zum Schluss einfach immer sehr distanziert und sehr verschlossen. Hatte er eine neue Frau? Nee, das hat er nicht gehabt. All die Jahre nicht? Doch, der hatte zwischendurch schon auch neue Partnerinnen wohl gehabt. Das habe ich halt auch irgendwie so im Nachhinein so etwas erfahren. Aber da weiß ich wirklich nichts zu. Bist du sein einziges Kind? Ich bin sein einziges Kind, was er im Prinzip mehr oder weniger verfolgt hat. Also er hat wohl noch ein Kind, einen älteren Sohn, den kenne ich aber nicht, das habe ich auch erst ganz spät erfahren. Aber da hat er überhaupt keinen Kontakt, glaube ich, oder nur sehr, sehr wenig. Also ich glaube, die haben sich da nur so ab und zu mal einen Brief geschrieben oder irgendwie sowas. Er kann nichts zu sagen. Jetzt hast du heute erfahren, dass er gestorben ist. Wann ist er gestorben? Der ist bereits in der November verstorben und ja, ich wusste das halt einfach nicht. Von wem hast du es erfahren? Ich habe so einen behördlichen Brief bekommen, dass er eben verstorben ist und dass ich mich melden muss, weil es geht halt jetzt irgendwie ganz klar um die Beerdigung. Also es gab da auch keine Menschen in seinem Umfeld, die dich dann hätten benachrichtigen können? Gar nicht. Also er hatte schon, ich weiß nicht, in Wirklichkeit jetzt in den letzten Jahren um ihn stand mit engen oder nicht so engen Kontakten. Aber generell war das schon jemand, der sehr, sehr beliebt war und einen eigentlich sehr großen Freundeskreis hatte oder Bekanntenkreis zumindest, kann ich sagen. Aber die wiederum kannten dich nicht? Die wiederum kannten mich nicht, nein. Merkwürdig. Ist er plötzlich verstorben? Wurde dir das mitgeteilt? Nein, leider nicht. Also ich habe halt, wie gesagt, nur diesen Brief bekommen, dass er eben verstorben ist und dass ich mich schnellstmöglich melden muss. Das heißt, das letzte Mal, als du ihn gesehen hast, war er ja nicht für dich wahrnehmbar krank? Doch, also er ist schon die letzten Jahre kränklich gewesen. Was hatte er? Also im Vordergrund stand wohl seine Herzinsuffizienz, hat aber auch noch andere Leiden gehabt. Aber ich glaube, das mit dem Herzen war wohl... Das heißt, alle näheren Umstände des Todes weißt du gar nichts, noch nicht? Das werde ich morgen alles klären müssen. Und ich muss morgen ganz, ganz viel telefonieren und ja, hoffentlich irgendwie was erfahren, was da noch gelaufen ist. Weil ich weiß, dass er halt in Betreuung war. Also es gab ja wohl immer so einen Pflegedienst, der ihn regelmäßig besucht hatte. Wie alt ist er geworden? Also irgendwas über 70 auf jeden Fall. Ach, das weißt du gar nicht genau. Also ich kriege irgendwie gerade von der Konzentration her nicht her. Also er ist in den 40ern geboren, Mitte der 40er Jahren. Und ja. Das Verhältnis war nun distanziert, so wie du es gerade beschrieben hast. Du hast ihn dennoch gemocht, hast du auch gerade gesagt. Ja. Wie empfindest du jetzt heute dieses Schreiben und die Nachricht, dass er verstorben ist? Ja, total schrecklich. Also erst einmal ist es so, wenn man halt so einen Brief bekommt, dann hat man das Gefühl, dass ein Mensch, den man eigentlich sehr, sehr mochte oder in dem man irgendwie dann doch mehr oder weniger nahe stand, plötzlich so reduziert wird auf so ein Blatt Papier. Das irgendwie, und was jetzt hier liegt. Was ich nicht verstehe, Anna, wenn du Interesse daran gehabt hast, näher mit ihm Kontakt zu haben, er war nun ein älterer Mann und krank auch, dann hättest du doch auch immer wieder mal anrufen können. Das habe ich gemacht in der Vergangenheit. Das Problem war, dass ich die letzten, aufgerechnet jetzt, die letzten Wochen, selber so etwas in Schwierigkeiten gesteckt hatte. Und das wusste er. Und ich war dann auch eine längere Zeit telefonisch nicht erreichbar, also nur mobil. Darf ich fragen, welche Schwierigkeiten das waren? Nur Stichwort. Ja, es ging so um Wohnverhältnisse. Es war so eine Mischung, ich hatte Schwierigkeiten mit meinem Wohnen einfach, so wie ich gelebt habe und wie das so weitergehen sollte. Und das wusste er halt alles. Das heißt also, das ist auch etwas, was mich sozusagen, also weshalb ich so ein schlechtes Gewissen auch habe. Dass er im Grunde jetzt auch verstorben ist, ohne zu wissen, wie es mir geht. Klar, fragt man sich dann in so einer Situation, habe ich alles richtig gemacht? Hätte ich vielleicht doch, auch wenn er so merkwürdig war und ich das Leben lang nicht, du hast es ja dein Leben lang nicht verstanden, warum er sich so verhalten hat. Ja. Hätte man vielleicht von sich aus noch was anderes tun können. Deine Mutter kennt ihn ja, das war immerhin ihr Mann. Ja. Die waren eine gewisse Zeit zusammen. Wie lange waren die zusammen? Na, ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, wie lange die jetzt vor meiner Geburt, sage ich jetzt mal, zusammen war, das weiß ich gar nicht. Na gut, aber... Die waren schon irgendwie zusammen. Die waren eine Weile zusammen. Die waren irgendwie eine Weile zusammen. Ein paar Jährchen halt, sage ich jetzt mal. Wie hat sie denn das erklärt, in Anbetracht der Kenntnis seiner Person, dass er sich so merkwürdig dir gegenüber verhält? Also ich habe darüber speziell nie mit meiner Mutter gesprochen, auch deshalb, weil sie ihn nicht mochte. Achso. Und das hat sie mir halt immer sehr, sehr deutlich, ja, klar gemacht. Sie mochte ihn einfach nicht. Bist du denn auch sein Kind? Ich bin sein Kind, das definitiv. Also das ist ganz klar. Ich bin wirklich das Kind bei einer meiner Eltern. Aber sie mochte ihn einfach nicht. Also die Beziehung war dann irgendwann vorbei und sie war halt auch froh drüber und wollte eigentlich dann nie wieder was von ihm wissen halt. Und das hat sie wirklich immer sehr deutlich gemacht. Das heißt also irgendwie, wenn das Thema Vater irgendwie zur Sprache kam, dann war das immer gleich so, dass sie wirklich sehr ablehnend reagiert hat. Und von daher war das jetzt irgendwie, also konnte ich da jetzt nicht mit ihr so drüber sprechen halt. Es sind ja offensichtlich auch, wie du es gerade erklärt hast, nicht andere Frauen gewesen, die ihn gebremst haben, mit dir Kontakt zu haben, sondern das lag an ihm. Es lag schon an ihm. Also er war einfach so, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, weshalb. Also er konnte nicht anders. Es muss einfach an seiner Biografie gelegen haben, denke ich mal. Das heißt jetzt, du musst, du musst als die nächste Verwandte, die übrig geblieben ist, gibt da noch einen Bruder, aber da weißt du nicht, wo und wie der. Nee, gar nicht. Es kann natürlich sein, dass du den jetzt zum ersten Mal kennenlernst. Der wird ja auch eine Benachrichtigung bekommen haben. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Wie die Ämter da wen benachrichtigen und... Das weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, du gehst erstmal davon aus, dass du jetzt alles organisieren musst. Genau, genau. Beerdigung, alles, was man machen muss. Richtig. So ist es. Das ist schon eine merkwürdige und auch traurige Geschichte. Man hat so das Gefühl, es geht so sang- und klanglos irgendetwas zu Ende, was vielleicht hätte viel intensiver sein können unter Umständen. Ja, und das ist aber auch das, ehrlich gesagt, was ich mein Leben lang auch, beziehungsweise als ich dann irgendwann erwachsen genug war und begriffen habe, was hier eigentlich läuft und auch ganz viele Fragen hatte und an ihn herangetreten bin, dass auch das immer meine Befürchtung war, dass wir es halt im Prinzip nie schaffen werden, dass es ein bisschen inniger wird. Also wenigstens die letzten Jahre, sage ich jetzt mal aus seiner Sicht halt. Und ja, tatsächlich ist es auch so jetzt gekommen, dass es nach wie vor noch... Und es gab eben keine richtige Aussprache oder keine richtige Erklärung seinerseits, warum es so ist. Nee, also ich meine, ich habe natürlich ihn auch nochmal gefragt irgendwie. Also ich hatte ja immer so den starken Wunsch ans Kind, bei ihm zu sein. Und ich habe ihn dann schon gefragt, warum er irgendwie nie das so hingebekommen hat. Und dann hat er schon gesagt, naja, er hat es einfach nicht geschafft. Aber er hat schon darauf geantwortet. Also er ist halt nicht ausweichend, aber er ist halt davon nicht aussagekräftig halt. Aber du hast keinen Zorn auf ihn? Also sage ich jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Aber es gab schon Zeit seines Lebens, schon Momente, wo ich wütend auf ihn war. Ja, das kann man ja auch verstehen. Gab es immer wieder mal, dass ich Wut hatte. Aber jetzt überwiegt natürlich die Trauer und der Verlust, der plötzliche Verlust. Der plötzliche Verlust und einfach das Wissen, dass ich ihn wirklich jetzt nie wieder sehen werde. Weil sonst war das ja so, dass ich dann doch irgendwann nach Wochen, Monaten ja dann doch mal was von ihm gehört habe. Und das ist jetzt nicht mehr. Und das ist einfach so schwer zu fassen. Das ist auch wieder so eine Geschichte, die uns lehrt, dass man mit den Menschen zu Lebzeiten und zu guten Zeiten so offen wie möglich sein sollte und sprechen sollte. Damit genau so etwas da nicht eintritt, was man nie wieder regulieren kann. Nie wieder. So ist es. Damit musst du jetzt leben und du wirst jetzt alles organisieren für sein Begräbnis und seinen Tod. Und mehr kannst du nicht mehr tun für ihn. Das ist es. Und das ist total Schmerzhaftheit. Also weil genau das wollte ich nie. Ich habe halt immer versucht zu bohren und habe Nachfragen gestellt und habe ihn immer wieder aufgefordert, ob er nicht. Aber er war wirklich immer so, ja, ja und ja, ja und ja, ja. Und letztendlich ist nie was dabei rausgekommen. Aber so war er schon immer. Man darf nie etwas verschieben. Das ist genau das Ding. Auf jeden Fall. Man sollte es nicht. Anna, es tut mir sehr leid für die ganzen Umstände, die jetzt da eingetreten sind für dich und wünsche dir viel Kraft für die Organisation. Das ist ja jetzt auch nochmal schwierig, das alles zu managen. Es tut mir sehr leid und alles Gute wünsche ich dir, Anna. Dankeschön. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Und erreicht hat uns auch Uwe. Der ist 35. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Domi. Hallo Uwe. Um was geht's? Ja, hallo. Erst mal, ist ja ein Wunder, dass ich erst einmal angerufen und schon durchgekommen bin. Sag bloß, siehst du. Da hast du Glück. Ja, es geht sich um Folgendes. Also im wahren Leben bin ich Uwe, 35. Ja. Und in der Nacht bin ich Batman. Das klingt, ich weiß. Nein, nein, ich verlache dich. Das klingt mir gerade so ein bisschen. Ja, also ich hole mal ein bisschen aus. Nein, nein, ausholen, zum Beispiel. In der Nacht bist du Batman. Nicht jede Nacht. Ja, was heißt das konkret? Was bedeutet das? Du bist nachts Batman. Ja, also deswegen sagte ich ja. Ich muss mal ein bisschen ausholen, damit man das der eine oder andere vielleicht ein bisschen versteht. Also ich bin ein unheimlicher Comic-Fan. Also so Spider-Man, Superman, Batman, die Comics von früher. Ich bin damit ja so ein bisschen groß geworden. Ja. Ja, ich hab jetzt wenig so mit Mickey Mouse und so. Ja. Und bin so ein unheimlicher Fan hier von diesen Superhelden. Und ja, hab dann vor ungefähr zwei Jahren, weil meine Freunde, die wissen, ich bin ein unheimlicher Fan davon, haben sie mir ein Kostüm geschenkt. Ja, also so ein billiges Kostüm. Ja. So ein taubengrau-blau Batman-Kostüm. So, weiß nicht, für 20, 30 Euro so ein Teil. Ja. Wie gesagt, äh, nicht jede Nacht, aber es kommt schon mal vor. Hast du sie jetzt gerade auch an? Nein, 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 nein. Ich hab heute, ich hab heute einen freien Tag, ich zieh's auf der Arbeit an. Und zwar, ähm, äh, bin ich, ja, wie soll ich sagen, in so einer Art Beschaffungsmaßnahme. Und, ähm, ich bin dann abends, äh, ja, nicht so ein, wie soll man das sagen, so eine Art Hausmeister. Das heißt, ich, äh, es sind so fünf Etagen, es sind nur Büros, also es sind keine Wohnräume. Ja. Und ich hab den Schlüssel oben auch so zum, äh, zum Dachgeschoss. Und, ähm, ja, dann ist es vor zwei Monaten vorgekommen, dass ich das erste Mal aus, aus, aus Jux das angezogen hatte. Während der Arbeit nachts? Nee, 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 ich hab das mitgenommen und, äh, ja, ja, sicher, während der Arbeit. Und, ähm, ja, es ist schon so vorgekommen, also vor zwei Monaten hat's angefangen, äh, in der Woche, es kommt vielleicht ein, zwei Mal vor, dass ich dann, äh, mich einmal umkleide, weil, wie gesagt, in der Nacht ist, äh, ist natürlich sehr ruhig da, ich bin alleine. Ja, und was ist da vorgekommen? Ja, ich, ich sitz dann oben und, äh, beobachte die Leute. Also, als Batman? Als Batman. Ich weiß, ich kann nie Batman sein, ne, also es ist ne, ne Fantasiefigur. Wer weiß, wer weiß. Nein, aber das finde ich schon lustig. Also, du, du sitzt dann, äh, 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 in deinem Hausmeisterjob in diesem Büroraum. Ja. Und, äh, 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 in der, in der, in der Montur, in der Kleidung von Batman. Richtig, richtig. Und, und guckst so, dass da alles beim Rechten bleibt und, äh, über die Stadt. Ja, man muss sich das so vorstellen. Also, so, äh, gerade wenn ich manchmal am Wochenende so ein bisschen Dienst hab, äh, ist nach unten natürlich unten so eine kleine Bar, so ein kleines Bistro. Ja. Und, ähm, dann sind da natürlich Leute. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt wünsche, es wird jetzt was passieren, aber es kribbelt in mir, äh, einmal irgendwie was zu beobachten, dass ich einmal in Erscheinung treten kann und, äh... wäre ich Spider-Man gewesen, ne? Mhm. Äh, 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 es war jetzt ein Zufall, dass es Batman-Kostüme war, aber, äh, es ist so, das sind so die Gestalten, die vielleicht im wahren Leben einem ganz normalen Job nachgeben, aber doch in der Nacht, äh, doch irgendwas für die Gemeinschaft tun oder dass die doch irgendwie ein geheim, ein dunkles Geheimnis haben. Mhm. Also, es hat, es kribbelt, es kribbelt, wenn ich dann oben, äh, wenn ich dann oben sitze, äh, jetzt wird's natürlich gelter, ne? Ja. Äh, da hab ich noch ne Jacke drüber, aber... Ach, du sitzt dann draußen auf dem Dach, oder wie? Ich sitze ganz oben, ich sitze ganz oben, ja, ja. Ganz oben auf dem Dach von dem... Ja, nee, durchs Fenster guck ich nicht, weil, äh... Ach, das ist echt... Also, ich stelle es mir jetzt mal so, äh, äh, geh mal jetzt mal davon aus, ich, äh, ich sag das vorhin deinem Kollege, ich wünsche jetzt keinem was Schlechtes, aber geh mal jetzt mal davon aus, es sind Leute auf der Straße und da wird, was weiß ich, ein bisschen rumgepöbelt, dass ich dann vielleicht mal so in Erscheinung treten kann und von oben runterrufen kann, weil natürlich fünf, äh, Stockwerke runterspringen oder runterrennen geht natürlich nicht, äh... Du solltest vielleicht mal eben kurz, für, für, für die Leute, die sich mit Batman und diesen ganzen Sachen nicht so auskennen, mal die Charaktereigenschaft von, von Batman. Oder erklären, was ihn ausmacht. Ja, wie soll ich das am besten erklären? Also, Batman, äh, so wie die ganzen anderen Superhelden, die stehen natürlich fürs Gute, ne, äh, die bekämpfen das Böse und Batman ist natürlich derjenige, der in der Nacht praktisch als, ja, sag ich jetzt mal, Fledermaus verkleidet. Der fliegen kann? Der durch die Luft fliegen kann? Ja, er fährt mehr mit dem Auto, ne, also... Mit dem Auto, so, genau, ja, genau, ja. Ja, ja, hinterher sein, sein, sein Freund, den Robin, also, äh... Weißt du, das ist ein bisschen lustig, du bist 35 Jahre alt, äh, wenn jetzt so, weiß ich, mit, wenn man so mit 16 oder 14 so eine Fantasie hat, dann wäre es vielleicht noch verständlicher, aber so mit 35... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ich hatte mich letztens noch mit meinem Nachbarn unterhalten, das ist der Einzige, der es weiß, weil wir kennen uns seit Kindheit an und er hat gesagt, du bist, du bist total schräg, du bist total durchgeknallt und du, du musst mal bei Domian anrufen. Ja, und dann hab ich das heute mal gemacht, ne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich jetzt hier nicht im Leben stehe oder so, ne, also, ich sagte vorhin schon, ich hatte vor zwei Jahren mal eine Beziehung, die hielt nur ein halbes Jahr und mein Nachbar sagte auch, Junge, weißt du was, such dir eine Freundin. Eine Freundin, ja, eine Freundin hast du im Moment nicht. Ne, aber, Domian, ne, hab ich nicht, das klappt bei mir nicht. Aber Domian, soll ich dir was sagen, dieser, äh, ich, äh, ich sag mal so, äh, ist langweilig da auf der Arbeit, deswegen... Hab ich gedacht, an dem einen Tag, zieh's mal an und läufst mal so da rum. Finde ich völlig, völlig in Ordnung. Mich haut hier sowieso nichts um. Wir hatten, wir hatten mal vor, vor, vor ein paar Jahren, das ist aber, ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, auch eine ganz interessante Anruferin, die nachts immer zur Katze wurde. Die zog dann, ja, du, so wie du dein Batman-Kostüm an, dann zog sie ein Katzenkostüm an und ging, schlich auch auf allen Vieren dann durch ihren Garten, ging auch an den Fressnapf der Katze und hat dann ihr Essen da raus, rausgegessen. Ah, ne, ne, so, 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 so extrem sind ja nicht, ne. Ne, ne, bei dir ist das ja eher mehr Spaß, so, und, äh, ja, ja, klar, klar. Bei ihr war das mehr eine tiefe Leidenschaft, glaube ich. Ja, was heißt Spaß, was heißt Spaß? Also ich sag mal so, wenn du mich siehst, äh, ich bin jetzt keiner, ähm, vor dem einer Angst haben könnte, ne. Ja. Also ich, äh, sagen wir mal jetzt so, äh, 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 ich bin jetzt nicht hier so muskulös oder, äh, so riesengroß, also, ähm, ähm, ja. Ja, das ist doch schon so, dass ich, das ist dieser Kribbel, ne. Ich finde das nur aus... Jetzt könnte, jetzt könnte was passieren und jetzt... Ich finde das extrem lustig, die Vorstellung, wenn den irgendjemand in der Nachbarschaft mit einem Fernrohr dich da oben beobachtet auf dem Dach... Dann bin ich den Job los. ...und dich sieht in dem Batman-Kostüm, dann ruft der gleich die Polizei an oder... Ja, die halten mich für einiges an. Oder DSG 9 oder so. Natürlich, 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 ja, ja. Also, ein kleiner Spaß, äh, der absolut in Ordnung ist und für dich auch so ein bisschen Zeitvertreib ist, so hab ich das verstanden, so ne... Ja, auch richtig. ...Fantasie, einfach so eine kleine Träumerei ist. Ja, ja, eine kleine Träumerei, ne. Batman. Bisschen in den Alltag, ein bisschen aufbetten, sag ich jetzt mal, so ne. Aber jetzt, heute hast du keinen Dienst. Ne, heute hab ich keinen Dienst, ne, ne, morgen muss ich wieder ran. Dann wird morgen das Batman-Kostüm wieder angezogen und verkühl dich nicht, es ist kühl daraus, ne. Ich wollte das eigentlich für's Wochenende aufbewahren, ne, also ich möchte jetzt nicht, dass ich jeden Tag da rumlaufe, dass man irgendwie... Das schöne soll man sich aufbewahren, du hast recht. Genau, genau, genau. Uwe, hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Alles Gute und ich dir. Ja, danke, ging's mir auch so. Tschüss, ciao. Tschüss. So, mein Lieben, Hinweis auf unser, unser Thema. Am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema, unsere Themensendung. Ich schäme mich für meinen Partner und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die genau das sagen. Ich schäme mich für meinen Partner oder für meine Partnerin. Weil zum Beispiel der Partner abartige Angewohnheiten hat oder weil er unsauber ist, weil er lügt und betrügt, weil er gewalttätig ist oder weil er ein Verbrechen begangen hat oder was auch immer, weswegen man sich für einen Mann oder für eine Frau schämen kann. Das Thema heißt, ich schäme mich für meinen Partner. Themensendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und wenn ihr gerne mitmachen wollt und euch anmelden möchtet, dann macht das per Mail domian.atwdr.de. Okay, so, heute weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Gizi, Gizi, Gizi? Ja. Gizi. Ja, hallo. 54. Ja, hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend, Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Gizi? Ja, also ich rufe wegen dem Tod meines Vaters an und zwar ist mein Vater vor zwei Jahren verstorben. Ja. Der hatte Lungenkrebs gehabt. Ja. Und ja, ich habe kurz vorher eine Krankheit überlebt und wollte meinen Geburtstag vor zwei Jahren bei meinem Vater sein und ich wusste, er wird genau an meinem Geburtstag am Leistenbruch operiert. Und ich dachte, ich fahre zur Familie und stehe ihm zur Seite. Und an diesem Tag haben wir dann erfahren, dass mein Vater Krebs hat. Das war 1998. Und dass er im Dezember nicht mehr leben wird. Mein Vater hat aber noch... Moment, Moment, Moment. Du hast gesagt, er ist vor zwei Jahren gestorben. Vor zwei Jahren ist er gestorben und ein Jahr davor hat er die Diagnose Krebs bekommen. Aber da war das nicht 1998. Entschuldigung, 1999 ist er gestorben und 1998 hat er die Diagnose bekommen. Ich glaube, du meinst, dass er 2009 gestorben ist. Entschuldigung. Sonst sind wir ein bisschen durcheinander mit der Zahl. Ja, jetzt bin ich wirklich durcheinander. Kann ja passieren, ist nicht schlimm. Mein Vater ist 2009 gestorben und hat 2008 die Diagnose bekommen, dass er genau am 12. September an meinem Geburtstag, wo ich ihm zeigen wollte, ich habe meine Krankheit überlebt, ich bin da und ich wollte mit ihm feiern. Und genau an diesem Tag bekommt mein Vater die Diagnose, dass er Krebs hat und Ende des Jahres nicht mehr leben wird. Und das hat man ihm auch so klar gesagt? Ganz klar und deutlich. Ja, und mein Vater wollte es auch so wissen. Darf ich kurz noch fragen, hattest du eine sehr schwere Erkrankung davor gehabt? Ja, aber eine unerwartete und ganz plötzlich, ich hatte einen Stein in der Gallenblase und der Stein in der Gallenblase war so groß wie die Kugelschreiberumrandung und der ist zur Bauchspeicheldrüse gewandert und der hat von oben den Zugang zur Bauchspeicheldrüse zugemacht. Und dann hat sich innerhalb von Minuten, von Stunden, war ich auf der Intensivstation und lag im Sterben. Ich hatte dann, die Ärzte haben das erst nicht festgestellt und ich hatte eine ganz, ganz schwere, das nennt sich Pankreatitis, eine ganz schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung, die sich so weit ausgebreitet hatte, dass ich am Ende antibiotikaresistent war. Ach du lieber Himmel, also es war wirklich dann, das war richtig schlimm und das hattest du dann überstanden, diese schwere Erkrankung? Dank meiner tollen Ärztin in Berlin, ich habe also wirklich Ärzte gehabt, die Tag und Nacht um mein Leben gekämpft haben und dann hatte ich die Krankheit überstanden und meine Geschwister hatten immer meinen Eltern geraten, nicht zu mir nach Berlin zu kommen, mich nicht in dem Zustand auf der Intensivstation zu sehen. Und dann komme ich aus dem Krankenhaus, lerne ein halbes Jahr wieder laufen, lerne ein halbes Jahr wieder sprechen und essen, das war alles weg. Ich war vollkommen kraftlos und will dann am 12. September, meinem Geburtstag, meinen Vater überraschen. Und ich wusste, er kommt am 11. September ins Krankenhaus zu einer Leistenbruchoperation. Wie hat er und wie hast du, wie habt ihr beiden oder die Familie diese schlimme Diagnose dann damals aufgenommen? Das war Horror, also das war, wir sind eigentlich, wir haben eigentlich alle nur noch geweint. Wir haben, es war auch kein Geburtstag mehr da. Das glaube ich, das glaube ich. Also quasi Papa kam am 11. September ins Krankenhaus in Tune, das ist da oben Richtung Rheine-Ostnerbrück. Und er hat dort einen Campingplatz, ein kleines Häuschen und er kommt dort ins Krankenhaus und entscheidet sich, dass er sich dort am 12. September den Leistenbruch operieren lässt. Und bevor die operieren, röntgen die, die beim Röntgen haben festgestellt, da ist was auf der Lunge und die können so nicht operieren. So, jetzt rufst du mich heute zwei Jahre danach an, nachdem dein Vater verstorben ist. Ja. Heißt das, dass du es noch nicht geschafft hast, etwas Abstand zu dem traurigen Vorfall zu gewinnen? Überhaupt gar nicht, weil ich weiß nicht, woran es liegt, ob es mir jetzt nicht vergönnt ist, wieder ins Leben zurückzufinden. Das Problem ist, Papa hat die Diagnose bekommen 2008, dass er im Dezember tot sein wird. Also war ich von September bis Dezember war ich in Nordrhein-Westfalen. Um ihm beizustehen und dabei zu sein. Richtig, und ich dachte, du kannst gar nicht mehr nach Berlin fahren, du wirst ihn vielleicht nicht wiedersehen. Aber dann hat er ja noch länger gelebt. Er hat ein Jahr, hat er geschafft. Warst du denn dann, als er dann gestorben ist, bei ihm? Ja. Das warst du, das ist doch sehr... Der Hammer ist jetzt, der Hammer ist wirklich, also Domian, ich weiß nicht, wenn es ein Schicksal gibt, dann hat es bei mir wirklich Hallo geschrien oder hier gerufen. Ich weiß es nicht. Ich bin dann irgendwann ja immer nach Berlin, wieder zurück, wieder hin, telefoniert, Papa geht's gut, wieder in Berlin geblieben, sieht nicht gut aus, wieder runtergefahren. Weil ich immer dachte, wenn es passiert, sollen alle Kinder da sein, auch ich. Aber es hat dann so, ich sag mal, es hat dann so hingehauen, dass du dann da warst. Ja, ich bin zehn Tage vor meinem Geburtstag 2009, also den 12. September habe ich Geburtstag. Und zehn Tage vorher, denke ich, ich habe so ein verdammt beschissenes Gefühl, ich möchte zu meinem Vater. Manchmal ahnt man ja so Sachen. Ja. Manchmal ahnt man das irgendwie und geht einer inneren Stimme nach. Ich fahre runter, ich komme in das Campinghaus rein, ich sage, Papa, denk dran, du hast mir versprochen, du kochst mir ein Ei, wenn ich komme. Und ich komme in das Campinghaus rein und mein Vater sagt, es tut mir so leid, aber ich kann dir kein Ei kochen, ich bin zu schwach. Das war Anfang September und jetzt kommt es, Domi, Jan. Und ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Am 12. September, mein Vater gratuliert mir zum Geburtstag und fällt danach ins Koma. Und ist am 13. September ins Koma gefallen. Wie lange hat er dann noch im Koma gelegen? Er hat meiner Mutter versprochen, kurz vor meinem Geburtstag hat er gesagt, Gertrud, du hast die Kinder geboren und ich verspreche dir, ich gebe dir mein Ehrenwort, ich gehe nicht am Geburtstag der Kinder. Ich habe Geburtstag am 12. September, meine beiden Schwestern am 13. September und gestorben ist Papa am 14. September um 0 Uhr 25. Wie hast du dann die Zeit danach erlebt, zum Beispiel die Beerdigung deines Vaters? Die war noch dramatischer als alles andere, weil mein Vater wurde, nachdem er verstorben war, am 14. September um 0 Uhr 25. Am Morgen, also quasi am 14. September, in der Nacht ist er gestorben. Das war dann quasi Todestatum, weil es 0 Uhr 25 war, der 15. September. Und dann haben wir Geschwister gedacht, wir drei, Gott sei Dank ist er nicht an unserem Geburtstag gegangen. Wie war es denn dann auf der Beerdigung? Du sagst, das wäre noch viel schlimmer. Ja, Papa kam dann vom Campingplatz nach Nordrhein-Westfalen und wurde dort in der Leichenhalle aufgebahrt, hinter so einer Glasscheibe. Und jeder, wir haben eine große, große Familie und jeder konnte quasi, wann immer er wollte, jeder hatte einen Schlüssel für die Leichenhalle. Kann man reingehen und kann da vorbeigehen. Kann man reingehen und Abschied nehmen. Hast du das, du hast das auch gemacht? Ja, ich war ja auch dabei, bis er gestorben war. Du sagst aber, dass die Beerdigung so schlimm war. Was war besonders schlimm da? Also, Papa wurde dann von dieser Scheibe kurz vor der Trauerfeier rausgenommen mit dem Sarg und kommt dann in so einen Extraraum. Und da durften nur Mama und wir fünf Geschwister rein und die Enkelkinder. Und Mama hat Papa vorher ein Kreuz gekauft und kommt plötzlich auf die Idee, den Papa anzufassen und zu fühlen, ob er das Kreuz hat. Aber einfach nur, weil man irgendwann mal erzählt hat, es verschwinden Sachen beim Ablauf einer Beerdigung. Also ein Kreuz, so eine Kette meinst du? Ja, sie hat ihm eine Kette gekauft. Und dann hat sie ihn angefasst, um zu gucken, ob die Kette auch umgehängt wurde. Genau, sie wollte quasi hingehen und Papa hatte den Anzug von der goldenen Hochzeit an. Das war Mamas Wunsch. Das Hemd von der goldenen Hochzeit, die Krawatte und den Anzug. Und jetzt wollte Mama hingehen und unters Hemd fühlen. Und ich dachte, um Gottes Willen, wenn die jetzt unters Hemd fühlt und die fühlt den kalten Papa, dann bricht die uns hier zusammen. Und ich bin dann so an ihr vorbei und habe gesagt, lass mal Mutti, das mache ich. Und jetzt kommt der Hammer. Ich gehe so an der Krawatte vorbei und will so zwischen der Knopfreihe drunter fassen, ob Papa das Kreuz hat. Und ich fühle das Kreuz, aber meine Hand musste ja wieder raus. Und beim Rausgehen mit der Hand komme ich plötzlich gegen ein Gestell und es fühlte sich an wie Stroh. Wie bitte? Ja, und dann habe ich gedacht, ich habe meine Hand weggezogen. Ich war so geschockt, dass ich den Rest der Beerdigung gar nicht mehr wahrgenommen habe. Aber was war das? Also vor einem halben Jahr ungefähr habe ich den Mann, der die Beerdigung gemacht hat, auf einer Straßenveranstaltung getroffen. Und ich habe ihm das erzählt. Und er hat mir gesagt, es ist ganz einfach, euer Papa, der war ja mal ein großer, kräftiger Mann. Und der hatte ja dann zum Schluss, also sagen wir mal, das war ein Typ von 1,80 Meter groß, 120, 130 Kilo. Und als er starb, hat er gewogen 45 oder 50 Kilo. Und weil meine Mutter unbedingt wollte, dass er den Anzug der goldenen Hochzeit anhat und der Oberkörper. Ja, jetzt sagt bloß ich, dass sie ihn ausgestopft haben. Ja, genau. Also die machen dann folgendes, so einen Anzug, der kann ja nicht sitzen. Ja, ich verstehe. Die haben dann wahrscheinlich auf seinen ausgemagelten Leib Stroh gelegt. Nein, die haben am Oberkörper, speziell den Schulterbereich, wie so eine, wie so eine, also ich stelle mir... So eine Büste irgendwie, so was. Ja, wie so ein, nein, wie so ein Gestell. Ein Korsett. Ja, wie so ein Korsett, genau. Und das mit Stroh aber ausgestopft. Ja, genau. Das schreckt wirklich irgendwie eine unangenehme Erinnerung. Vor allen Dingen auch, dass du das gefühlt hast. Und da ist man ja irritiert und zuckt zusammen. Also für mich war es in dem Moment, in der Sekunde, nicht mein Vater, sondern ein Horrorfilm. Ich verstehe, ich werde auch völlig zurückgeschreckt. Liebe Gysi, ich gucke gerade auf die Uhr. Du hast uns jetzt so viele und für dich sehr schlimme und erschütternde Sachen erzählt. Und ich höre ja daraus, dass es dir immer noch so schlecht geht und dass du das immer noch nicht überwunden hast. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen, meiner Psychologin heute Nacht etwas über die Trauerbewältigungsmöglichkeiten sprichst. Denn ich glaube, da muss man einiges machen, da musst du einiges unternehmen, damit du es schaffst. Ich verstehe einfach diese Bilder nicht auf dem Kopf. Ja, ich verstehe es. Ja, du kannst dich gut verstehen. Immer wenn ich an Papa denke, dann denke ich an einen Menschen, den ich bis in den letzten Atemzug begleitet habe. Und wenn ich dann an die Situation in der Leichenhalle denke, dann ist es für mich... Gysi, du legst bitte auf und du wirst von Sabine angerufen. Und ich hoffe, dass wir dir etwas helfen können, dass du deine Trauer und all diese schlimmen Erinnerungen etwas in den Griff bekommst und verarbeiten kannst. Aber vielleicht, dass, Domian, dass Menschen zum Abschluss, ja, darf ich das noch sagen? Ja. Zum Abschluss vielleicht, dass wenn andere Menschen sich auch entscheiden, dass irgendwann der Mensch eine bestimmte Sache anziehen soll, dass die das einfach wissen, dass sowas passieren kann. Ja, das haben wir jetzt gesagt und ich finde auch, dass die Bestatter eigentlich darauf hinweisen sollten. Jetzt, liebe Gysi, bitte ich dich aufzulehnen und du wirst von der Sabine gleich zurückrufen. Dann bist du weg. 1.35 Uhr haben wir. 1.35 Uhr und 0800 220 50 50 und hier ist Mario. Mario ist 33. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Um was geht's? Langjähriger Fan. Schön, dich mal am Telefon zu haben. Das freut mich. Um was geht's denn bei dir? Also, ich bin ein alleinerziehender Vater von einer Tochter, die ist 10. Und ich bin schwul. Das war mal die. Und ich weiß nicht, wie ich meiner Tochter erklären soll, dass ich schwul bin. Meine Ex-Frau hat ganze Arbeit geleistet. Ich habe mich bei ihr geoutet. Und sie ist hingegangen und hat gesagt, Frau und Frau ist okay. Mann und Mann geht gar nicht. Und ein schwuler Papa geht überhaupt nicht. Aber du bist alleinerziehender Vater. Ich bin jetzt seit drei Monaten alleinerziehender Vater. Ach so, seit drei Monaten erst. Wie kommt das, dass du die Verantwortung für das Kind übernommen hast und nicht deine Frau? Sie hat gesagt, sie wäre überfordert mit dem Kind. Wobei ich sagen muss, sie ist schon wieder schwanger. Also, sie hat mir das Aufenthaltsbestimmungsrecht so übertragen, wie ein Produkt, was abgelaufen ist. Das heißt, das Kind besucht auch gar nicht die Mutter? Ja, doch. Das schon. Aber wie oft soll es? Ja, alle 14 Tage. Aber ich bin schon drauf und dran, das auch irgendwie zu unterbinden. Weil ich sage zu dem Kind, die soll keine Ausdrücke bei mir sagen. Meine Ex-Frau geht hin und sagt, ja, bei uns darfst du alle Ausdrücke sagen. Wie lange bist du denn von deiner Ex-Frau getrennt? Vier Jahre, fünf Jahre ungefähr. Vier Jahre. Und das Kind war bis vor drei Monaten bei ihr? Oder wie? Richtig. Ja, richtig. Und wie kam das jetzt, die Entscheidung, gerade jetzt zu sagen, also vor drei Monaten, jetzt geht das Kind zum Papa? Ja, sie sagte wohl, sie wäre überfordert gewesen mit dem Kind, aber sie hat halt ein neues Kind. Also, sie hat einen neuen Partner auch? Ja, schon lange. Also, die hat jetzt insgesamt drei Kinder mit meiner. Wollte denn deine Tochter dann auch zu dir kommen? Ja, sicher, klar, schon immer. Schon als kleines Kind wollte sie immer zu mir. Ja, das Problem ist einfach, dass sie keine richtige Liebe bekommen hat. In Anführungszeichen hat die Kleine sich mal was auf der Hand gemalt. Und mein Ex-Frau ist hingegangen und hat einen Bimmstein genommen und hat die Hand so lange durchschrubbt, bis die, ja, bis eine Narbe zurückgeblieben ist. Wie lange warst du denn mit der Frau zusammen? Drei Jahre ungefähr. Die klingt nicht gerade, aufgrund, was du jetzt gerade erzählt hast, klingt die nicht gerade sympathisch, diese Frau? Nee, nicht wirklich. Vor allem, wenn man sich nicht um sein Kind kümmert. Ja, richtig. Dann sind bei mir immer die Leute unten durch, wenn ich das höre. So, jetzt stellst du mir die Frage, wie soll ich es meinem Kind sagen, dass ich schwul bin? Ja, soll ich jetzt hingehen und ihr die Pistole auf die Brust drücken und sagen, so, hör mal, ist so, wie es ist? Oder soll ich lieber hingehen und versuchen, langsam zu machen? Aber ich schreife mich ja selber damit auf. Nein, ich finde, du sollst ja nicht die Pistole auf die Brust drücken, aber du kannst es ihr, das Kind ist zehn Jahre alt, da kann man ja schon sehr ordentlich mit reden. Ja, klar. Ich finde, dass du es ihr absolut jetzt, bald, sofort, in einem ordentlichen Ton und verständnisvoll erklären kannst. Ja, gut, aber meine Ex-Frau hat halt so viel Arbeit dran geleistet, dass sie halt sagt, dass sie die Notrakete zünden würde und zurück zur Mama wird. Wer sagt das? Meine Tochter hat gesagt, dass sie halt, wenn mein Papa schwul ist, dann will sie die Notrakete zünden und sofort zur Mama zurück. Das heißt, sie hat sie aufgehetzt? Die hat sie aufgehetzt, richtig. Das Thema liegt also schon irgendwie... Ich habe mich bei ihr geoutet und daraufhin ist sie hingegangen und war superlieb zu mir. Jetzt weiß ich auch warum, weil sie wohl jahrelang jetzt gearbeitet hat daran, dass Frau und Frau okay ist. Mann und Mann geht gar nicht und ein schwuler Papa geht überhaupt nicht. Wie jahrelang daran gearbeitet, dass Frau und Frau gut ist? Wer hat jahrelang daran gearbeitet? Ja, dass sie halt immer wieder zu ihr gesagt hat, also zwei Frauen, wenn die rumküssen, das ist in Ordnung. Das hat sie dem Kind gesagt? Ja, richtig. Mit zwei Frauen ist es okay. Ja, mit zwei Frauen ist es okay. Wenn die sich küssen, dann ist das schön. Hat das Kind das so gesagt, dass sie dann... Ja, meine Schwester hat sie getestet, angesprochen, sie hat selber zwei Kinder und hat das Thema angeschnitten und das war die Reaktion darauf. Deine Frau wird mir noch unsympathischer. Deine Ex-Frau. Ja, das glaube ich. So, aber man darf sich natürlich von so einem Irrsinn nicht erpressen lassen. Ich finde, da muss jetzt was geschehen. Wenn du den Eindruck hast, dass das Kind jetzt schon so manipuliert ist und du vielleicht auch nicht da überfordert fühlst, finde ich, dass du zusammen mit dem Kind zu einem Kinderpsychologen gehen solltest. Ja, genau, da habe ich auch schon dran gedacht. Natürlich vorher mit dem Psychologen reden, dass du es in Anwesenheit eines Fachmanns machst und mit ihr darüber sprichst. Richtig. Aber ich finde, du solltest es bald machen, damit das Kind weiß, wohin es ist und dass da nicht irgendwas Komisches noch passiert. Ja, genau. Das Problem ist halt für sie, ist das auch eine Riesenumstellung, dass sie jetzt bei mir ist. Ja, aber sie freut sich doch, sagst du. Sie war sehr gerne bei dir. Ja, klar. Sie ist unheimlich gerne bei mir. Sie war schon immer als Kind, wollte sie auch nie zurück zur Mama. Ja, insofern, wenn die dich so gerne mag, glaube ich, mit etwas geschickter Moderation, dass man all das, was vielleicht deine Frau da versaut hat, dass man das wieder auffangen kann und dass man sie da weichbettet in der Erklärung und dass es dann gut wird zwischen euch beiden. Bin ich sehr optimistisch. Wie Kinderpsychologe, wie man das macht und welche am besten, das sagt dir am besten meine Psychologin. Das wäre super. Also mach es auf jeden Fall sehr bald. Lass dich von deiner Ex-Freund in dieser Weise nicht verletzen und expressen. Ja, sie ist auch früher schon immer hingegangen und hat das Kind zwischen uns geschoben und hat von hinten Druck ausgeübt. Das hat sie schon immer gemacht. Ist die denn vielleicht so verletzt, weil sie sich im Nachhinein irgendwie verletzt fühlt, dass du nun schwul geworden bist? Nee, nicht wirklich. Daran liegt es nicht? Nee, sie hat es früher schon gesagt, da war sie noch im achten Monat schwanger. Ja, wenn das Mädchen, weil sie immer einen Jungen haben wollte, wenn das Mädchen 15 ist, dann kannst du sie haben. Das hat sie gesagt. Und dann ging das schon los, ja. Also Mario, meine Meinung habe ich dir gesagt. Du legst bitte auf und du wirst von Sabine, meiner Psychologin, angerufen wegen der Kinderpsychologensache. Ja, wunderbar. Ich danke dir. Alles Gute, Mario. Mach deine Sendung auch immer schön so weiter. Ja, auf jeden Fall. Keine Sorge. Tschüss, Mario. Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Ich hatte doch irgendwas noch in der Tasche. Das fällt mir gerade ein, was ich hier doch noch rausholen wollte. Einen Zettel. Ah, ja, 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 genau. Und zwar schrieb heute Abend auf meiner, auf der Jürgen-Dogen-Fan-Seite bei Facebook, schrieb Rebecca Bahnsen. Ich möge doch mal so nett sein und dem alten Jopi Hestas herzlich zum Geburtstag nachträglich zu gratulieren. Er ist ja gestern 108 Jahre alt geworden. Unfassbar, 108 Jahre. Das mache ich sehr gerne. Wir gratulieren, glaube ich, alle Jopi Hestas zusammen herzlich zu seinem 108. Geburtstag. Auf das wir alle auch so alt werden. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich so alt werden wollte. Nur natürlich, wenn man absolut fit ist. Aber so ganz absolut fit ist man dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Hestas, zum stolzen Alter. Und wir machen weiter mit Lydia, 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Lydia. Lydia oder Lydia? Lydia. Lydia. Um was geht's, Lydia? Ähm, es geht darum, dass ich mich ziemlich alleingelassen fühle von meinem Lebensgefährten mittlerweile. Ich erinnere mich mit allem alleine. Mit den drei Kindern. Es sind zwei von ihm wohlgemerkt. Und halt vor allem der Mittlere braucht viel Aufmerksamkeit, viele OPs, die er immer wieder hat. Moment, du hast schon drei Kinder mit 22? Ja. Ich habe 16 bekommen. Ja, 16. Also wie alt sind die Kinder? Die sind also fünf. Mein Ältester, der ist überdurchschnittlich begabt, ist nach schon in der Schule. Hochbesindungsförderung. Der mittlere Ozyfrus-Athrosie wird im Februar drei und der kleinste, der wird im Februar zwei. Wie heißt der mittlere? Aaron. Achso, nee, weil du gerade so einen komischen Ausdruck gebraucht hast. Ozyfrus-Athrosie hat er. Achso, achso. Ich dachte, er hieß so. Entschuldigung. Nee, das ist eine Krankheit, die er hat. Ja. Und zwei Kinder sind von deinem jetzigen Lebenspartner? Ja. So habe ich es verstanden. Genau. Wie alt ist dein Lebenspartner? Mein Lebenspartner, der ist jetzt 23. Wird im Januar 24. Und ihr seid dann wie lange zusammen? Am Sonntag vier Jahre. Vier Jahre. So, und er lässt dich hängen und alleine mit den Kindern? Erzähl mal so, wo du dich am meisten alleine gelassen fühlst. Ähm, ja, sowohl in der Erziehung, als auch, wenn es darum geht, ich muss OP-Berichte unterschreiben, er interessiert sich dafür nicht. Es kommen neue Diagnosen, es kommen neue Feststellungen, die für mich gerade tolle und super Nachrichten sind. Und es interessiert ihn überhaupt nicht. Wir sind allein zu Hause mit allen Problemen, mit den Ämtern, die mehr Druck machen, wegen, das Kind ist ja so behindert, ist es eigentlich nicht, aber muss halt behindert sein. Dann kommt diese neue Schwäche. Erklär uns doch nochmal dieses Wort, was du gerade gesagt hast, diese Erkrankung. Was ist das für eine Erkrankung? Also es ist eine relativ seltene Fehlbildung, und zwar ist es eine Fehlbildung der Speiseröhre. Bei 38.000 Geburten im dritten Jahr, kann man sagen, haben eine Fehlbildung der Speiseröhre, das sind 100 Kinder und in seiner Form ein bis zwei Kinder. Und was hat das für Folgen? Man kann nicht essen. Die ist als Sack zusammengewachsen oben, per Fist mit der Luftröhung verbunden und vom Magen aus in der Lunge verwachsen gewesen, als bei der Geburt. Das Kind ist jetzt wie alt? Du hast es gerade gesagt, aber das war gerade so viel. In Februar wieder drei. Drei. Und wie ernährst du das Kind? Also in einer zehnstündigen OP, also vorher hat das Krankenhaus Missgeburt bei ihm damals. Wir haben ihn sieben Tage ohne Nahrung und Flüssigkeit überleben lassen. Wie er es geschafft hat, weiß keiner. Sieben Tage ohne Nahrung und Flüssigkeit? Ja, das Einzige, was er bekommen hat, waren halt Medikamente gegen Lungenentzündung, weil natürlich die Mutter nicht versucht hat, irgendwie ihren Baden zu kriegen. Dann war die Lunge durch die Magensäure, die aufgestiegen ist, teils zerätzt. Und das war damals schon ganz schön. Da hat ich schon versucht anzurufen, weil es mir alles so in den Kopf gewachsen ist damals. Dein Freund. Also so lange versucht schon, bei dir anzurufen. Achso, achso. Hier anzurufen, verstehe. Kann denn der Kleine jetzt was zu sich nehmen? Ja. Das geht. Nicht so wie andere Kinder beide Röhren nutzen, aber sie muss halbjährig operiert werden, bulgiert werden, das heißt, sie muss geweitet werden. Sie muss was? Geweitet werden. Weil es ist ein Narbengewebe. Ein Narbengewebe wächst nicht so mit wie ein normales Gewebe. Ja. Und dementsprechend müssen sie mal mit dem Ballon das Ganze weiten. Also ich merke schon, das ist eine Riesenaufgabe allein dieses Kind zu betreuen aufgrund der schweren Erkrankung. Ja, jetzt haben wir noch letzte Woche die Diagnose bekommen, er ist schwerhörig beim Spezialisten in Dortmund. Also ich erahne schon, was du da wirklich für Probleme zu bewältigen hast. Drei Kinder, eins ist so krank, das eine Kind ist überbegabt, das heißt, damit hat man natürlich auch seine Probleme, die man lösen muss. Und dein Lebensgefährte lässt dich alleine. Der kümmert sich gar nicht darum. Dem ist das alles lästig? So sieht das denn aus. Er ist selbstständig gewesen oder ist selbstständig mehr oder weniger noch. Und er kommt nach Hause, wie viel passt. Er geht hier ein, mal kommt er, mal kommt er nicht. Was hat er denn gemacht als Selbstständiger? Er ist Umwelt- und Narkatechnik gemacht, der LKW-Vermietung, Container-Vermietung. Hast du denn mit ihm über deine Unzufriedenheit schon mal richtig offen geredet? Ja, einfach versucht und immer wieder abgeblockt und dann ist er aufgewiegen und ist weggelaufen. Ist weggelaufen? Ist dann immer wieder, mir reicht, dann packe ich mehr Sachen, dann gehe ich halt und sich ins Auto sitzt, so wechseln. Dieses so schwerkranke Kind, ist das sein Kind? Das ist einer. Genau, wir sind da drunter, der, das ist ein Frühstück gewesen. Wir hatten so eigentlich gesagt, er kann nicht überleben. Hat Glück gehabt, weil ich bin kurz vorher in Winze von einem Hund gebissen worden. Das muss man vielleicht gar nicht so ausführen. Also das sind drei Kinder, zwei sind von ihm, dieses schwerkranke Kind ist auch von ihm. Und der andere ist auch so Frühchen und mit Lebensvergiftung und Eintritt und dann hast du er geburt. Also alles auch kompliziert bei dir, ne, mit den Kindern? Ja, ich habe nur besondere Kinder. Also ich habe nur besondere Kinder, ich weiß, das ist Wahnsinn. Aber das ist ja, stelle ich mir jetzt für dich, du trägst eine hohe Verantwortung. Du bist extrem eingespannt. Und wenn du dann nicht mal die Hilfe von deinem Partner bekommst, ist es ja doppelt und dreifach für dich schwierig und anstrengend. Eigentlich in so einer Situation muss man ja, müssen sich die beiden Partner die Last teilen, um das alles zu managen. Das Schimmere noch ist daran, dass ich die Tarasum mitpflegen muss. Das hast du was? Weil ich sie mitpflegen muss. Weil der hatte im August, als er nach den OPs, also das Größte, bestanden war, der Kleinst gerade aus dem Koma wieder ist. Er musste künstlich Koma versetzen und hatte ernsthaft einen Autounfall, das war sogar ins Leben gekommen auch noch. Du verstehst dich nicht so ganz gut. Wer ist so ins Leben gekommen? Also beinahe. Achso, beinahe. Er fährte beim Autounfall kurz danach. Das heißt, er war auch noch krank und du musstest dich um ihn auch noch kümmern. Genau, er hat das Bein zertrümmert. Sein Vater hat gesagt, du musst wieder arbeiten, du musst wieder arbeiten. Er hat natürlich brav mit dem Schaf hinterher gelaufen. Jetzt ist er durchs Bein total hinüber. Und da muss er sich auch... Wie ist denn, ich verstehe schon, ich höre schon die extreme Belastung in allen Enden und Ecken bei euch raus. Würdest du denn für dich sagen, dass diese Beziehung auch erschöpft ist? So ziemlich, weil er auch Blutze macht. Also er hat auch irgendwo ein bisschen anderen Laufen, das höre ich von ihm raus. Achso, da ist eine andere Form im Spiel. Ab und zu, ja. Er geht ab und zu fremd und das ist für mich Belastung pur, weil das war nö, ist nix. Und dann... Ja, aber dann geht es ja letztendlich darum, dass du diese Beziehung zur Diskussion stellst. Ja. Wollen wir eigentlich noch zusammen sein? Das ist die Frage. Wollen wir das noch? Ja, das ist meistens diese Frage. Und das Schlimmer finde ich immer daran. Deswegen würde ich noch nicht so viel essen, weil wenn vor allem der Mittlere, der hängt an ihm. Ich weiß nicht wieso, es ist so ein schades Papakind. Immer fragt, wo ist Papa, wo ist Papa, wo ist Papa. Ja gut, aber entscheidend ist die Frage, ob das funktioniert zwischen euch beiden. Wenn das so schrecklich läuft, wie du es gerade beschrieben hast, ist niemandem damit gedient. Überhaupt niemandem. Das heißt, du musst dir die Frage auch stellen, will ich das noch? Will ich es? Ja. Willst du es? Das ist eine schwere Frage, weil sobald ich ihn abschließe, ist das Jugendamt sofort wieder nachstellt und sagt, jetzt sind es allein erzielt, jetzt haben Sie keinen mehr, der Rückhalt gibt, also können wir ihm direkt sagen, Sie gehen bitte in eine Mutter-Kind-Einrichtung zurück oder wir nehmen die Kinder mit. Weil mit so besonderen Kindern und drei Stück davon, das sind Sie sicher überfordert, weil wir sind auch damit überfordert. Aber da müsstest du in eine Mutter-Kind-Einrichtung gehen, Mutter-Kind-Einrichtung. Sie werden das oder sie werden weggenommen oder keine Ahnung. In der Mutter-Kind-Einrichtung war ich schon mal. Sie ist hilfreich in mancher Hinsicht, aber sie ist auch sehr zu nicht empfehlen. Also ein Dilemma. Ein Dilemma. Du hängst richtig drin. Das heißt, wie du dich entscheidest, ist es für dich auch schwierig. Würdest du denn, ich meine, du kannst natürlich auch nicht nur aus pragmatischen Gründen mit dem Mann zusammenbleiben. Das geht ja auch nicht. Das geht ja nicht. Ihr macht euch ja kaputt gegenseitig. Eigentlich, ich höre mal so raus bei dir, wenn du ganz frei entscheiden könntest, würdest du sagen, wir beenden das? Wenn ich ganz frei entscheiden würde, wenn er sich nicht ändert, würde ich sagen, Ende. Ende. Also wir haben jetzt, wir haben uns zwar viel aufgebaut, wir haben uns als Bauernhof aufgebaut mit Tieren und allem drum und dran. Also Lydia, basierend auf dieser Grundlage, dass du das so sagst, finde ich, muss man eine neue Lösung finden, die aber kompliziert ist. Das ist mir schon klar. Das schaffen wir auch nicht jetzt im Rahmen der Sendung. Das müssen wir jetzt im Hintergrund weiter machen. Ich glaube nur so als Grundlinie, ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn du auf Dauer mit einem Mann zusammen bist, wo es hinten und vorne nicht klappt. Weil du musst einfach für dein Familienleben sehr stark sein. Wenn die ganze Kraft wegabsorbiert wird von einer kaputten Beziehung, ist es schlecht für deine kranken Kinder oder für deine Kinder, die deine Hilfe bedürfen. Wie das alles zu organisieren ist, das ist sehr komplex. Das habe ich jetzt gerade schon verstanden. Wir rufen dich jetzt mal an und werden in Ruhe im Hintergrund darüber beraten. Ja, danke. Aber du bist eine starke Frau, mit deinen 22 sowas zu bewältigen. Also ich muss dazu mal sagen, an die jungen Mütter, die mit 16 bis 14 Mama werden, ich habe mit 16 mein Kind bekommen, mein Ältesten. Ich habe mein Fachabitur gemacht, ich habe meine Ausbildung gemacht und ich habe noch eine Ausbildung zur Höhlenführerin gemacht, was mein derzeitiger Beruf auch ist. Höhlenführerin? Ja. Das ist ja lustig. Könnten wir nochmal eine Runde reden miteinander, wir beiden. Aber grundsätzlich Respekt, Respekt, Respekt. Du bist eine starke junge Frau. Großes Kompliment, sage ich dir. Danke. Großes Kompliment. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Lydia, tschüss. Tschüss. Und hier ist Mandy, 39. Guten Morgen, Mandy. 39? Ja, 39, habe ich doch gesagt, oder? Ach so, ich habe 49. Nein, um Gottes Willen, ich mache es dir nicht, zehn Jahre älter. Gerade jetzt Geburtstag heute. Bitte? Jetzt gerade Geburtstag. Ach, jetzt gerade Geburtstag, seit zwei Stunden. Seit zwei Stunden. Darf ich dir sehr herzlich gratulieren. Ja, danke. Viel Glück und alles Gute. Danke, danke. Ein tolles Leben, ein tolles neues Lebensjahr wünsche ich dir. Ja, ja, das ist sehr lieb. Ich leide seit acht Jahren an Angst- und Panikattacken. Ich gehe Anfang Januar auch wieder in die stationäre Reha nochmal. Ich erhoffe mir da auch einiges von, weil ich, wie gesagt, seit acht Jahren beruflich nicht mehr so auf die Beine komme. Der Grund meines Anrufes ist, ich habe vor über fünf Jahren meine allerbeste Freundin durch Suizid verloren. Und unsere letzte Begegnung war tatsächlich auch an meinem Geburtstag gewesen. Mit dem Geburtstag haben wir es aber heute. Ja, sie hat zwar ein halbes Jahr später erst diesen Suizid begangen, aber unsere letzte Begegnung war an meinem Geburtstag. Wie kam das, wenn es eine beste Freundin ist, dass dann noch ein halbes Jahr vergangen ist, in dem ihr euch nicht gesehen habt? Wie kam das? Weil sie danach auch in eine Rehabilitationsmaßnahme gegangen ist und dann in so eine Art betreutes Wohnen und dann auch so ein bisschen Abstand musste man nehmen voneinander. Man durfte hin und wieder mal telefonieren, aber sich nicht wirklich sehen. Es war deine allerbeste Freundin? Das war ein Mensch für mich gewesen. Die hat mich immer so genommen, wie ich bin, mit allen Facetten, gesund, krank, mal dick, mal dünn, wie auch immer so. Wie lange wart ihr beste Freundin? Wir kannten uns zwölf Jahre und zehn Jahre waren wir befreundet. Sie war zehn Jahre älter gewesen und ja, ein bisschen kann ich sagen, habe ich ein bisschen aus ihrem Leben, im Nachhinein sage ich das heute, mitnehmen können. Viele Dinge, die ich damals nicht wahrgenommen hatte, hat sie mir für mein Leben mitgegeben. Wir hatten zwei ziemlich gleichaltrige Kinder und also mit den Kindern habe ich auch heute noch Kontakt und bin hin und wieder auch mal so ein bisschen Ersatzmama, aber sie fehlt mir sehr. Warum hat sie sich das Leben genommen? Ja, sie hat auch Alkohol und Medikamentenprobleme gehabt und hat viel erlebt in ihrer Kindheit und Jugend. Sie hat selbst auch ein Baby verloren, also was verstorben ist. Hat sie dir etwas hinterlassen? Also eine Nachricht, einen Brief, eine Erklärung? Nein, nein, das Schlimme ist gewesen, sie ist am Dienstag wohl wahrscheinlich verstorben. Wir haben am Samstag noch telefoniert, sie war sehr betrunken. Ich habe irgendwann diesem Gespräch nicht mehr Folge leisten können und habe ihr gesagt, ich melde mich morgen nochmal und ich habe das aber nicht getan. Und einen Tag später, auf dem Montag, bekam ich einen Anruf, ob sie bei mir wäre. Nein, habe ich gesagt, sie ist nicht bei mir. Und ja, derjenige welche, der mich angerufen hatte, war zu dem Zeitpunkt wohl ihr Lebensgefährte. Der sagte mir, er hätte eine SMS bekommen, sie wäre an einem sicheren Ort, wo sie in Ruhe sterben könnte und sie hinterlässt ihren Kindern das eine oder andere. Wie hat sie sich denn das Leben genommen? Also nachweislich mit Antidepressiva, mit Medikamenten und wahrscheinlich vorher mit Alkohol. Und sie sagt, sie hat sich an einem sicheren Ort, sie hat sich irgendwo zurückgezogen, hat das genommen und dann noch eine SMS geschrieben oder vorher eine SMS geschrieben. Genau, genau. Und er hatte mich darum gebeten, ich möchte sie bitte nicht anrufen. Er hat die Kripo schon benachrichtigt. Sie hat nicht mehr viel Akkuleistung auf ihrem Handy. Und damit man sie orten kann, möchte ich sie bitte nicht anrufen. Wo hatte sie sich denn zurückgezogen? Bei einem vorherigen Freund. Der wiederum war auf Montage und dort wusste sie, war sie alleine. Und man hat sie auch erst zwölf Tage später gefunden. Zwölf Tage später erst? Mhm. Das heißt, an deinem Geburtstag hast du immer diese Erinnerung? Immer diese Erinnerung. Und wie das so ist, man freut sich auf Geburtstage, man bekommt Gäste, man bekommt Geschenke von Familie. Aber jedes Jahr reißt es mich auch ein bisschen runter. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, das würde mir genauso gehen. Ja. Auch wenn es fünf Jahre oder so viele Jahre zurückliegt schon, das kann man ja nicht vergessen, wenn der Mensch einem sehr nahe gestanden hat, so ein trauriges Ende gefunden hat an dem Geburtstag. Das kommt jedes Jahr hoch und dann kommt erst recht. Also ich muss selbst auch sagen, ich habe ein ganzes Jahr lang das nicht fassen können. Und ich habe eine ganz schlimme Trauerbewältigung durchgemacht. Unter anderem hat sie eine Sehbestattung bekommen in der Ostsee. Und selbst ich hatte Berührungsängste, überhaupt in die Ostsee jemals wieder gehen zu können. Und ein Jahr später habe ich gemeinsam mit meiner Tochter, haben wir einen langen Brief verfasst. Mit allem, wie sie uns fehlt, was sie uns bedeutet hat. Und wir sind direkt wirklich in die Ostsee reingegangen. Und haben den Brief in die Ostsee geworfen. Und haben eine Flaschenkost und haben das in die Ostsee geworfen. Mandy, ich muss dich unterbrechen. Die Sendung ist vorbei. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Bis gleich. Tschüss. In der Technik, Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.